Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Prototypen. Ein Format, das noch gar keinen Namen hat, aber fest steht, wir sprechen über Spieleverfilmungen. Und zwar spreche ich über Spieleverfilmungen mit dem Christoph Petersen. Das ist der Chefkritiker von Filmstars. Christoph, was macht ein Chefkritiker eigentlich? Na ja, zum einen bespreche ich natürlich ganz viele Filme, also schreibe die Kritiken für Filmstars und zum anderen verteile ich die übrigen Filme auch an unsere freien Autoren und die anderen Redakteure. Und am Schluss redigiere ich die Texte und habe auch das letzte Wort, was für eine Wertung es gibt und welche Argumente wir veröffentlichen, welche nicht. Also es steht so ein bisschen für die Filmstars-Linie bei den Bewertungen. Okay, na siehst du, jetzt haben wir alle was dazugelernt. Und wir haben uns für diese erste Folge, haben wir uns gleich ein besonderes Schmankerl rausgesucht, denn wir sprechen über die Verfilmung von Doom, einem großen Spieleklassiker aus dem Jahre 2005 mit Karl Urban und Dwayne The Rock Johnson in den Hauptrollen. Also eine quasi sensationelle Besetzung rückblickend. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie gut das dann hinterher tatsächlich geworden ist. Das ist unser Vorsatz. Also wir besprechen mal ein bisschen, ist das denn ein guter Film? Dann besprechen wir, ist das eine gute Spielverfilmung? Und wir haben ja den Vorsatz, dass es nicht bei der einen Folge bleiben soll. Und über mehrere Folgen haben wir uns so ein bisschen erhofft, dass wir auch in einer übergreifenden Erzählung uns der Frage nähern, Was machen diese Spieleverfilmungen denn? Und warum scheinen so viele von ihnen zu scheitern, an dem Vorsatz aus einem Computerspiel einen guten Film zu machen? Denn zumindest der Leumund von Spielverfilmungen ist ja eher miserabel, oder? Ja, es ist schon ein Running Gag im Netz. Also für mich ist es, wie gesagt, eine Geschichte voller Missverständnisse bisher, weil ich glaube, dass Spieler und Hollywood-Produzenten einfach komplett unterschiedliche Ideen davon haben, warum man ein Computerspiel überhaupt verfilmt. Und bisher sind wir da noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, auch wenn es jetzt erste Stimmen gibt, dass der neue Pokémon-Film vielleicht die erste gelungene Computerspielverfilmung ist. Aber das sehen wir vielleicht dann mal in einer Anfolge. Da wird es ja sowieso schon wahrscheinlich kontrovers. Es gibt ja andere Computerspielverfilmungen, die zumindest gehandelt werden. Und die war schon gut bis zumindest okay. Also sowas wie Silent Hill zum Beispiel. Ich will nicht spoilern, aber ich habe zwei Computerspielverfilmungen, die ich wirklich sehr toll finde. Aber für die Zukunft. Heute erstmal Doom und ich nehme mal an, wir können jetzt mal schon mal vorweggreifen. Achso, kleine Warnung, falls das tatsächlich noch für irgendjemanden relevant ist, wir werden spoilern in diesem Format. Und zwar immer. In diesem Fall ist es ein alter Film. Falls wir hier jemals neuere Filme besprechen, werden wir die auch spoilern. Das ist schon mal als generelle Vorwarnung. Also wer jetzt irgendwie Angst hat vor Doom 2005 Spoilern, sorry, sie kommen. Und der erste Spoiler ist, der Film ist scheiße. Ja, und er ist nicht scheiße, dass man sich drüber aufregt. Er ist einfach scheiße langweilig. Das ist das große Problem dieses Films. Und das hat übrigens, da kommen wir dann später zu, das hat auch stark damit zu tun, dass die Macher nicht verstanden haben, warum das Spiel geil ist. Ja, das ist eines wahrscheinlich von mehreren Problemen. Ich weiß nicht, ob die Macher so richtig verstanden haben, warum Filme allgemein geil sind. Und wenn sie das erkannt haben, haben sie sehr wenig davon umgesetzt. Aber das ist sozusagen schon mal so. Das Schlimme ist, ich hatte im Sinn, dass Doom sogar als eine der besseren Spieleverfilmungen gilt. Und dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, da rausgegangen bin mit einem so, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Und ich vermute, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass der Film aus 2005 ist. Weil die vorhergehenden Spieleverfilmungen sind halt dann eben sowas wie die frühen Uwe Bolz, House of the Dead und ähnliches. Oder Super Mario Brothers. Also Filme, die halt noch beschissener sind. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das damals so eine leichte Erleichterung war von wegen so, Ah, wir haben uns jetzt zumindest schon mal aus dem Bereich von unfassbar unerklärlich inkompetent heraus bewegt. Und es war ja zwischendrin mal amüsant. Naja, was sie zumindest gemacht haben, das war eine der ersten Computerspielverfilmungen, wo mal jemand ehrlich Geld in die Hand genommen hat. Das Problem ist bloß, dass das Geld, was in den Filmen geflossen ist, ist halt unfassbar schlecht gealtert. Weil die Special Effects heutzutage einfach, das ist halt so auf absolutem Trash-Niveau mittlerweile. Weil das ist gerade zu einer Zeit entstanden, wo die CGI-Effekte, wo das damals noch irgendwie neu war und man das deswegen geschluckt hat. Aber mittlerweile kannst du dir das nicht mehr angucken. Ja, wobei, also vorher wurde schon, also Spam Mario Brothers war auch erschreckend teuer und auch bei Tomb Raider wurde schon Geld in die Hand genommen. Ja, aber was so weniger weichgewaschene Sachen angeht, sag ich mal, war das schon so auf dem Ball-Level für die Hardcore-Spiele-Fans war das schon eine nette Sache eigentlich, dass da mal jemand hingeht, Stars anheuert. Weil Dwayne Johnson war zwar noch kein großer Hollywood-Star, aber immerhin schon der damals größte Wrestling-Star des Planeten. Es war schon mutig, das zu machen, sag ich mal. Und deswegen haben sich halt auch viele gefreut und waren erst mal happy, dass es überhaupt jemand tut. Ja. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr durchgehen lassen damals. Schon möglich. Ich war auf jeden Fall irritiert darüber. Ich hab, er war erheblich schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber sprechen wir mal ganz kurz darüber, worum es da eigentlich geht, dass die Menschen auch wissen, worüber wir sprechen, die den Film nie gesehen haben. In der Verfilmung von Doom ist die Story so, es gibt eine Forschungseinrichtung auf dem Mars, die Oluways-Forschungsstation. Ich hab mal kurz gegoogelt, das ist offensichtlich der Name irgendeiner Schlucht in Tansania, die als Wiege der Menschheit gilt. Und es wird gleich Sinn ergeben, warum man sich für diesen Namen entschieden hat. Da passieren merkwürdige Dinge. Es gibt eine Gruppe von Marines, Söldnern, Fragezeichen, unter der Leitung von Dwayne The Rock Johnson in der Gestalt der Figur Sarge. Und die werden losgeschickt, um dort erstens nach dem Rechten zu sehen und zum Zweiten im Dienst ihres Auftraggebers, der United Aerospace Corporation, die existiert auch in den Spielen, dort deren wichtige Forschung zu sichern. Und jetzt kommen sie da also an und stellen fest, oho, da sind irgendwelche Monster unterwegs. Und dann stellt sich im weiteren Verlauf des Films heraus, diese Monster entstehen dadurch, dass es auf dem Mars irgendeine uralte Zivilisation gab. Die hatte offensichtlich so ein viertes Chromosomenpaar und das macht den Menschen, wenn er damit in irgendeiner Art infiziert wird, offensichtlich entweder zu einem Monster oder zu einem Übermenschen. Je nachdem, welche genetische Prädisposition er mitbringt und die wiederum auch seinen Charakter bestimmt. Ja, und daraus... Ja, irgendwie ist es, es ist ja irgendwie so, dass Psychos werden zu Monster und nette Menschen werden zu Supermenschen. Aber es gibt da irgendwie nur Psychos und ich hab das alles nicht verstanden, weil die heißen tatsächlich Rapid Response Tactical Squad. Aber müssen aus irgendeiner Basis von der Erde erstmal auf dem Mars, wenn da irgendwas passiert, weil die sind ja erstmal sonst wo, dann fliegen sie mit dem Flugzeug nach Nevada. Aus Nevada reisen sie dann in so einer Art, ich weiß nicht, Wasserkugel durchs All zum Mars in so ein paar Sekundenschnelle. Und da sind die dann, also für mich ist das nicht sehr Rapid, sondern das ist unfassbar umständlich. Und wenn ich eine riesige Marschstation aufbaue, dann würde ich da, ich meine das sind sechs Leute, dann würde ich doch sechs Leute oder sechs Soldaten da irgendwie unterbringen. Und nicht irgendwie Leute von der Erde holen, nur wenn es da mal irgendwie ein Problem gibt. Am Anfang ist es ja auch noch nicht mal klar, dass das so ein Riesenproblem ist, sondern das ist einfach ein normaler Zwischenfall. Was machen sie? Sie holen erstmal sechs Leute von der Erde. Ja, wobei, also das ist eines von unglaublich vielen Dingen in dem Film, die halt einfach logisch an den Haaren herbeigezogen sind. Weil man, die erste Einstellung, die man als Zuschauer auch sieht, ist ja, dass da ein Wissenschaftler, der offensichtlich weiß, dass er schon von dem ersten Monster verfolgt wird, so einen Notruf aufzeichnet. Genau diesen Notruf, den spielen dann auch diese Soldaten ab. Und also danach, es wird aber auf einmal mit einer Nonchalance agiert. Also auch bei der Ankunft auf der Marschstation, dann hört man sogar einmal im Hintergrund Leute raunen. Und so, wer hat denn das Militär gerufen? Und man sich so denkt, so, okay, also keiner scheint sich des Ernstes dieser Lage bewusst zu sein, obwohl auf dieser Videobotschaft zumindest doch eindeutig zu erkennen war, dass da was ganz gehörig schief läuft. Also es ist alles sehr seltsam und auch wie der ganze Film so zusammengestückelt. Man hat häufig das Gefühl, da wurden Sachen einfach hinterher zusammengepropft, wo man sich gedacht hat, so, na, okay, wenn die Leute ihr Gehirn genügend abschalten, kriegen sie schon nicht mit, dass das alles keinen Sinn ergibt. Ja, ich meine, also man sieht das sehr schön an der ersten Reise auf den Mars. Also die sind erst bei ihrer Station, wo auch immer sie untergebracht sind, dann sind sie bei der Station in Nevada, dann sind sie auf der Marschstation. Das Ganze dauert irgendwie 30 Sekunden und alle Orte sehen gleich aus. Also ich habe in meinem Leben noch nie eine so unspektakuläre Reise in den Weltraum gesehen. Das ist halt wirklich, als wenn ich morgens mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, ja. Also da ist einfach, das macht keinen Spaß, das ist nicht aufregend, das ist nicht spektakulär, das ist einfach gar nichts. Das bleibt ja auch dabei. Also du bist nominell auf dem Mars, aber tatsächlich, es gibt vielleicht zwei, drei Einstellungen, in denen du mal eine Marsoberfläche siehst. Da wird mal durch ein Fenster geschaut, da gibt es mal zum Einstieg so eine Kamerafahrt in diesen Forschungskomplex hinein und das war's. Und ansonsten sind das halt düstere, blau beleuchtete Gänge. Ja, der einzige Grund, warum ich glaube, dass ich im Weltall bin, ist, dass gewisse Einstellungen mich an Alien erinnern und da weiß ich, der spielt tatsächlich im Weltraum. Und deswegen glaube ich, dass Doom auch im Weltraum spielt. Aber wirklich nur über diesen Umweg. Also von den Szenen selbst würde ich nie auf die Idee kommen, dass das der Mars sein soll. Und es ist halt überall, finde ich, so seltsam versatzstückhaft. Also am Anfang, da gibt es so eine Sequenz im Grunde genommen so ein bisschen wie bei Predator, wenn sie mit diesem Hubschrauber zu diesem intergalaktischen Marstransporter fliegen, wo dann diese Figuren vorgestellt werden. Auch besonders albern, die nehmen sich dann, jeder hat so seine eigene Waffe in diesem Hubschrauber und nimmt die sich. Und die Waffe, da ist so eine Computerstimme, die dann laut vorliest, was für einen Nickname dieser Charakter hat. Und dann wird relativ schnell klar, es gibt halt so ein paar schöne Stereotype. Es gibt The Kid, das ist der Junge, der auf seinen ersten Einsatz fliegt. Es gibt halt Sarge, das ist hier J. Dwayne Johnson, das ist so der Anführer. Dann gibt es John Grimm, die nominelle Heldenfigur mit der düsteren Vergangenheit, der aus irgendeinem Grund was Schlimmes erlebt hat auf dieser Marsstation. Es gibt Destroyer, den schweigsamen, bulligen Typ mit der großen Knarre. Und dann gibt es so eine Art sexuellen Psychopathen, Portman. Aber sehr wenig davon hat hinterher irgendeinen Einfluss auf das, was mit diesen Figuren passiert oder wie sie großartig dann auch miteinander interagieren. Also bei The Kid zum Beispiel kommt ja später auch raus, dass er anscheinend so eine Art Drogenproblem hat. Einfluss auf die Handlung, null. Es wird halt zweimal gezeigt, aber passieren tut deswegen nichts. Nee, er ist ja am Schluss, also im Finale ist er quasi der unschuldige Gute auf einmal, nachdem er zwischendurch der irre Speed einschmeißende, ich leg jetzt hier mal los Typ war. Also das hat keine Konsistenz, da bleibt nichts gleich. Aber ich habe zum Setting nochmal eine Frage, weil so wie ich mich damals erinnere, wie ich Doom 1 zum ersten Mal gespielt habe, das hat ja irgendwie für mich so ein Twitter-Ding gehabt. Also man hatte diese Türen und so, die schon sehr Sci-Fi-mäßig waren. Aber so wie ich mich erinnere, wenn man rausgeht, dann hatte das doch noch sowas, das hatte so Anflüge von so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt oder so. Und das war irgendwie so ein ganz merkwürdiges Mischmasch, dass ich aber auf der Kinoleinwand jetzt echt faszinierend gefunden hätte, wie man diese ganzen Einflüsse zusammenschmeißt. Aber davon ist im Film ja gar nichts mehr über. Ist das bei, ich glaube, der Doom-Kinofilm kam nach Doom 3 raus? Ist es da schon anders? Weil Doom 3 habe ich nie gespielt. Ja, also obwohl der Film sich ja Doom nennt, basiert er sehr viel stärker auf Doom 3, insbesondere bei den vergleichsweise wenigen Ästhetiken, die er übernimmt. Also Monster, so wie sie Design sind, sind eher nachempfunden. Doom 3, es gibt in dem Film, da sieht man schon sehr früh zum Beispiel, so ein elektronisches Türschloss. Und von denen gibt es auch relativ viele in Doom 3, wo dann der Zugang zu bestimmten Bereichen auch erst über den Erwerb von bestimmten Keycards möglich wird. Und die Ästhetik von dem Benutzerinterface, dieser Türschlösser, die ist ziemlich nah dran am Computerspiel. Und in Doom 3 gibt es auch relativ viele Umgebungen, die diesen leicht industriellen Touch haben mit hier laufen irgendwelche Rohre an der Seite entlang und hier sind irgendwelche Gitter. Aber selbst da ist Doom 3 dem Film deutlich voraus, weil es halt nicht so One-Note ist. Es gibt sehr futuristische Elemente in Doom 3. Es gibt dann hinterher diese Ausgrabungsstätte. Also auch in Doom 3 gibt es so eine archäologische Ausgrabung, wo das Ganze dann eher in wie so unterirdische Ruinenstadtumgebungen abdriftet. Also selbst Doom 3 ist dem Film da in vielerlei Hinsicht in Sachen visueller Kreativität überlegen. Ja, ich hatte mich am Anfang eigentlich gefreut, weil der Regisseur Andrzej Sparkowiak ist ja eigentlich Kameramann und er ist später Regisseur geworden. Und das allererste Mal, wenn man so einen dieser typischen Industriegänge im Film sieht, da versucht er schon so ein paar Sachen. Dann filmt er durch die Treppenstufen durch oder aus so einem Lüftungsgitter heraus und so. Aber er verfeuert wirklich alle seine kreativen Ideen, wie man so einen Gang in Szene setzt, echt in den ersten fünf Sekunden. Und dann folgen, warum auch immer, 110 Minuten Langeweile. Das hätte man auch in 80 geschafft. Den Bad Kowiak hasse ich als Regisseur sowieso. Sein gesamtes Oeuvre als Regisseur ist eigentlich durch die Bank bestenfalls mittelmäßig. Und ich hasse ihn besonders deswegen, weil der hat diese Jet Li-Verfilmung gemacht damals, Romeo Must Die. Und das ist halt einer, der furchtbar inkompetent Kampfszenen inszeniert. Und deswegen schaue ich Jet Li-Filme. Und es ist der Typ, der es geschafft hat, einen Jet Li gegen Mark Dacascos Kampf langweilig und scheiße zu machen. Und dementsprechend war er da sowieso schon mal unten durch. Aber war Romeo Must Die nicht der Film, wo man dann immer sieht, wie die Knochen brechen? Ja, diese X-Ray-Einstellung. Fand ich damals supergeil. Ja, das, ja. Wie hat der Spaß gemacht? Aber klar, hier hat er nach fünf Sekunden als Regisseur versagt. Da kam gar nichts mehr. Er hat sich vor allem wahrscheinlich offensichtlich gedacht, so, was sind denn so die großen Sci-Fi-Horror-Sachen? Aliens und Predator? Ja, das kriegen wir doch irgendwie zusammengeschmissen. Aber selbst das, also der Film ist ja in der Hinsicht visuell teilweise sehr stark referenziell. Weil es gibt Szenen, die könnten eins zu eins aus Aliens stammen. Es gibt einen Charakter, Duke, der zum Beispiel dann auch stirbt. Und da kommen so die Klauen von einem Monster durch das Bodengitter. Und der wird da so runtergezogen. Also er tritt im Grunde genommen so ab wie Hudson in Aliens. Es ist wirklich exakt die gleiche Szene, nur in schlechter. Ja, gibt es eine Menge. Und das mit Predator Bust natürlich auch, weil Doom sollte ja eigentlich schon fünf Jahre vorher verfilmt werden, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und da ist dann aber auch ein Real-Life-Fall dazwischen gekommen, wo sich zwei Teenager mit Kettensägen irgendwie aus Versehen versetzt haben, als sie das Spiel nachgespielt haben oder so ähnlich. Und dann hatte wegen Public Opinion die Verfilmung erstmal keine Chance und wurde verschoben. Okay. Ja, also das ist, dass der Typ, also ich hab das, das wusste ich vorher gar nicht, das hab ich jetzt so beim Googlen festgestellt, dass der eigentlich als Kameramann ja auch durchaus ein gewisses Renommee besitzt. Also hat an einigen Oscar-nominierten Filmen mitgewirkt, war offensichtlich mal jemand, der mit Sidney Lummi zusammengearbeitet hat und so weiter und so fort. Und dafür ist der Film dann hinterher auch in seiner visuellen Inszenierung teilweise so merkwürdig. Also die Orientierung zum Beispiel in dem Film ist entsetzlich. Da tauchen ständig Figuren irgendwo auf, wo man dachte, okay, aber diese Gruppen sind doch eben noch getrennt gewesen. Wieso sind die jetzt auf einmal so schnell hier? Die Ausleuchtung ist so mein kleines Fernsehspiel, wo, ja, es ist dunkel und dann platzieren wir mal überall irgendwelche blauen Lichter. Also ganz merkwürdig bei diesen Feuergefechten, da sieht man Soldaten, die sich zurückziehen und die Stellung wechseln. Und die Kamera ist aber ständig so nah bei den Figuren dran, dass du nie irgendwie ein gutes Gefühl für die Positionierung dieser Figuren im Raum gewinnst. Und das ist alles Zeug, wo man sich so denkt, oh mein Gott, das müsste doch besser können. Ja, weiß man nicht. Also vielleicht war es bei den anderen Filmen dann doch der Regisseur, der sich darum gekümmert hat. Also ich glaube ja, dass die Produzenten, die Überlegung der Produzenten war relativ einfach. Die haben gesagt, bei diesem Film kommt es auf die Kamera an, weil wir müssen am Schluss die First-Person-Szene rocken. Der Rest ist nicht so wichtig. Auf die werden wir ja später dann noch ausführlicher zu sprechen kommen. Aber das ist nicht aufgegangen, weil bis zu der First-Person-Szene bist du eingeschlafen. Ja, das stimmt. Kleiner Nachsatz eben nur, weil nicht, dass das missverständlich rüberkam. Ich weiß, dass die Mark Daskeskos-Geschichte, dass das nicht in Romeo Must Die war, den fand ich halt auch schon schlecht. Das ist in Cradle to the Grave gewesen, glaube ich. Der ist aber wirklich schlecht. Ja. Romeo Must Die ist besser als Cradle to the Grave. Ja, die sind beide schlecht. Aber da gibt es graduelle Unterschiede, auch in Schlechtes. Das stimmt. Welche Einstellungen ich in der ersten halben Stunde noch mochte, außer der allerersten, war eigentlich nur ein Easter Egg. Nämlich das schlagende Herz, das ja offensichtlich eine Anspielung auf das Logo von id Software ist. Obwohl man sich auch gleich fragt, wie sie das jetzt in die Story einbauen. Spoiler, gar nicht. Nee, das ist halt so, die kommen in so ein Genetik-Labor und da sind natürlich jede Menge komische, relativ perverse Experimente. Auch da, also jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo man sagen muss, bei einem Film wie diesem, da kann man häufig gnädig über sowas hinwegsehen. Dass dann, wenn man ein bisschen nachdenkt, man feststellt so, das sind alles Experimente, die diese Firma offensichtlich geheim halten will und auch die ganze Zeit geheim gehalten hat. Selbst unter Mitarbeitern dieser Forschungseinrichtung. Aber alle Türen lassen sich problemlos von alleine öffnen. Also man sieht nicht mal, dass es da irgendein Bemühen gibt. Und dann gibt es hinterher genau eine Tür, die sich nicht sofort öffnen lässt und das ist die, hinter der sich die Superwaffe aus Doom befindet, die BFG. Und das ist so das Einzige, wo es eine Art von Rechtemanagement für den Zutritt gibt. Ja, also ich habe die Leute, also die Statisten, es gibt ja diesen Raum, wo man ankommt und das ist der einzige Raum, wo wirklich normale Menschen, sage ich mal, rumrennen. Und später, wenn die Station dann evakuiert wird, dann laufen auch nur diese Menschen weg. Es kommen da auch keine nach oder so. Sondern ich glaube, deren Job ist wirklich, morgens aus dem Bett aufzustehen, sich in diesen Raum zu stellen und dann bleiben sie da 16 Stunden stehen und dann gehen sie wieder schlafen. Weil es gibt kein Leben in dieser Station. Also keiner hat eine Funktion oder so. Sondern es gibt diese normal aussehenden Menschen, die stehen dumm rum. Dann gibt es irgendwie noch eine Handvoll Wissenschaftler und das war es. Ich weiß nicht, was die da oben machen oder wie das funktioniert. Keine Ahnung. Das sind ja auch noch, das ist ja auch eine, das sind ja auch noch diese bizarren Dingern. Das sind aber dann so die aufwendigsten Sets im ganzen Film. Also dieser Transporterraum, also sowohl auf der Erde als auch dieser Ankunftsraum auf dem Mars und dieses Atrium, wie sie das nennen, dieser komische Zwischenbereich, den man zwischen dem Ankunftsraum vom Transporter und dem Eintritt in diese Wissenschaftsstationen durchläuft. Das sind so riesige Hallen, wo man das Gefühl hat, da haben sie wirklich mit einigem Aufwand diese Sachen auch irgendwo plastisch hingestellt. Und dann verbringen wir den Film aber eigentlich komplett gefühlt in drei Variationen von düsterer Gang. Ja, das ist, ja, 60 Millionen und sehr ungünstig aufgeteilt, sage ich mal. Also es ist wirklich komplett in die falsche Richtung geflossen, das Geld. Wollen wir mal über die Waffen reden, weil ich meine, das ist ja nun mal in einem First-Person-Shooter eines der zentralen Elemente und auch vielleicht einer der Gründe, warum man einen First-Person-Shooter überhaupt verfilmt. Und wenn ich mich richtig erinnere an den ersten Doom, dann rennt man da mit seiner Pistole los und kann aber selbst mit der schon Gegner wunderbar direkt zum Platzen bringen. Und wenn man irgendwie das Versteck kennt, dann kriegt man auch schon die Kettensäge irgendwie innerhalb von den ersten fünf Sekunden oder so. Und es geht halt so richtig los. Und wenn man das jetzt mal mit dem Film vergleicht, die gesamte erste Stunde ist bloß Teasing, ja, und zwar auf die übelste Sorte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, du hast ja schon von dem Destroyer geredet, das ist so der schwarze Muskelschrank, der die ganze Zeit seine Minigun damit rumschleppt und man freut sich darauf, dass das Ding irgendwann mal zum Einsatz kommt. Und was passiert? Er wird irgendwann von so einer Meerkatze, also von so einem Laboraffen erschreckt und ballert sein ganzes Magazin in den rein. Und dann sieht man das noch nicht mal, weil das im Luftungsschacht ist. Am Schluss sieht man einfach nur drei Tropfen Blut und das war die Waffe. Das erste Mal, dass es quasi ein Feuergefecht zwischen den Soldaten und den Monstern gibt, fällt das Licht an dem Maschinengewehr aus, weswegen man dann nichts mehr sieht. Und es wird auch gleichzeitig gezeigt, okay, die Superwaffen, die die alle dabei haben, das ist eigentlich Schrott, ja, da fällt einfach das Licht aus. Da denkt man eher an den Berliner Flughafen als an jetzt irgendwelche Supersoldaten. Und das geht genauso weiter. Also die BFG ist ja der absolute Höhepunkt. Man, relativ früh wird auf dem Computerbildschirm angeteasert. Da sieht man so Baupläne und dann steht da Big, heißt das jetzt Big Fat oder Big Fucking Gun? Also auf dem Computerbildschirm steht ja absurderweise, glaube ich, Bio Force Gun, aber im Spiel ist es die Big Fucking Gun. Und das ist ja das, also Dwayne Johnson spricht es dann nochmal aus, wenn er dann so raunend hinterher vor der BFG steht, damit sozusagen das nochmal vermerkt wird. Aber warum man sie da umbenennt, wahrscheinlich, weil der Film unternimmt ja diesen Versuch, das so ein bisschen irgendwie realistisch zu verwurzeln. Deswegen ja auch dieser ganze komische Spaß mit diesem Chromosomenpaar und so, wo man dem Ganzen so einen wissenschaftlichen Anstrich geben möchte. Ja, auf jeden Fall, dann sieht man auf dem Computerbildschirm, sieht man schon mal die Baupläne und sagt sich, oh geil, nachher geht das hier richtig ab. Dann kommt er irgendwann in diesen Raum, der übrigens Idkfa heißt, also nach diesem God-Mode-Code da in Doom. Und die Kamera fährt einmal ganz langsam um diese in der Luft schwebende Superwaffe rum, bis dann Dwayne Johnson sie endlich in die Hand nimmt und auch noch Holy Shit sagt. Und dann schießt er damit. Und die Munition ist quasi so ein waberndes CGI-Loch, was er dann irgendwie in irgendwelche Wände schießt, das hat kein Wumms, das hat kein Rückschlag, das hat einfach gar nichts. Das ist einfach nur scheiß CGI und das war's. Das ist wirklich für mich die größte Entdeutschung dieses Films gewesen. Eine Stunde lang wird mal angeteasert, okay, irgendwann kommt was und dann forget it. Das war so langweilig und das sieht so scheiße aus. Vor allem, es trifft auch nix. Ich glaube, er trifft nicht ein einziges Mal irgendein Monster oder sonstiges Lebewesen, sondern das Ding schießt ja eigentlich nur in Löcher in Wände. Ja genau, und die wabern dann so komisch rum, das sieht fast aus wie bei Lengoliers von Stephen King aus den 80ern. Und das ist einfach, also ihr redet ja gerne mal über Traffer-Feedback in Spielen und das Traffer-Feedback in diesem Film ist nicht vorhanden. Also die Schwester von dem Carl Urban Charakter sagt einmal am Anfang, erklärt sie so, ja das sind die Besten der Besten. Aber das ist einfach, die haben nur Schrottwaffen dabei und die können sie noch nicht mal einsetzen. Also man fühlt sich nicht wie bei Doom im Computerspiel als Zuschauer oder als Spieler dann damals so total mächtig. Und ich mache jetzt hier alle platt. Im Film identifiziert man sich quasi mit einem Haufen Trottel, die Schrottwaffen auf dem Mars spazieren tragen und nicht treffen. Und das ist halt auch schon wieder so eine Mischung aus so einem Darstellungsproblem ist bei dieser BFG. Bei der BFG kann man noch sagen, die Waffe im Spiel ist ja so eine raumsäubernde Superwaffe, die halt auch dem Spieler mit sehr wenig Munition gegeben wird, weil sie so mächtig ist und sonst irgendwas. Sodass sie halt vielleicht hier drei, vier Mal in dem Film schießen kann und dann ist auch schon wieder gut. Okay, wie die inszeniert ist, ist anders als in den Spielen, aber auch da ist das jetzt so vom Effekt her gar nicht diejenige, die so geil ist, finde ich zumindest. Aber es ist halt durch die Bank so und auch so inkonsistent. Da gibt es eine Szene relativ früh, da ist Goat, Goat ist der streng gläubige religiöse Fanatiker in der Gruppe und der Karl Urban, also hier John Reaper, Grimm, also unsere nominelle Hauptfigur, die schießen so einen Zombie weg sozusagen. Und der fliegt meterweit zurück, also so ein völlig absurdes Trefferfeedback, wenn du so willst. Später im Film aber haben diese Waffen auf einmal nie wieder diesen Wumms. Insbesondere wenn auf weglaufende Monster geschossen wird, dann hat man sich offensichtlich mal so ein bisschen die Crips gespart, weil dann schießen sie offensichtlich immer nur daneben. Also es wird immer so ein bisschen impliziert, diese Monster haben extreme regenerative Fähigkeiten, vielleicht treffen sie die auch und die regenerieren sich nur. Aber man sieht diese Treffer eigentlich nicht, außer das Monster stirbt dann auch daran. Und so wirkt es halt, als ob die in einer Tour völlig inkompetent daneben schießen. Ja, also ich kann mir das nur vorstellen, also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es einfach absolut inkompetent, wahrscheinliche Variante, oder es ist total subversiv, weil hier dem Zuschauer quasi die Lust an den Waffen genommen wird. Also man kommt als First-Person-Fan in den Film und hinterher sagt man, Waffen sind das langweiligste der Welt. Haha, der Last-Jedi-Ansatz. Ist natürlich ein gutes Ergebnis, aber man hat unterdessen nicht so wahnsinnig viel Spaß dabei, da zuzugucken. Ja, also ich rechne mit Inkompetenz in jedem Falle. Also sowohl die Figuren sind so angelegt, weil wie du ja schon sagst, es ist ja auch einfach eine Truppe, die besteht eigentlich nur aus Damaged Goods. Nur Leute, wo man sich denkt, die wären im normalen Militär längst ausgesiebt worden. Aufgrund von erstens ihrer psychologischen Disposition, als auch ihrer allgemeinen Inkompetenz. Und zum Zweiten aber auch in der Inszenierung, also es ist auch inkompetent verfilmt. Ist auch teilweise eine total erkennbare, problematische Art, wie das dann dargestellt wird. Du hast diese Szene, die ich vorhin beschrieben habe, wo sie diesen Zombie wegschießen. Die Sound-Effekte sagen, der eine Typ, Goat, schießt auch mit seiner Schrotflinte. Die Special-Effekte, was so Mündungsfeuer angeht, sagen, nee, macht er nicht. Und das wirkt total komisch. Du hörst dieses Wumsen, dieses Geräusch dieser Schrotflinte. Bei dem kurzen Gegenschnitt auf die feuernden Soldaten ist nicht erkennbar, dass er schießt an den Momenten, wo er schießen sollte. Auch die Einschläge in diesem Zombie sehen nicht so aus. Und es hat alles so komisch zusammengeflickt, so nach dem Motto, ja, wir filmen jetzt mal die Szene, wie der Zombie wegfliegt. Und jetzt filmen wir die beiden, wie sie schießen. Und dann schnimmeln wir das hinterher irgendwie zusammen. Ja, fix it in post. Man sieht die Schwerpunktsetzung der Produzenten auch ganz gut, weil die hatten ja eigentlich zwei Ideen, wie sie den Film an den Mann bringen wollten. Und ich sag Mann bewusst. Sie hatten zum einen die Fans des Computerspiels und zum anderen hatten sie die Fans von Dwayne Johnson, also Wrestling-Fans. Und man sieht ja am Finale sehr schön, für wen sie sich entschieden haben. Also das Finale besteht daraus, dass Karl Urban als John Grimm gegen Dwayne Johnson als Charge kämpft. Und Dwayne Johnson hat nur eine Patrone mit der Big Fat Gun, die er da natürlich auch daneben schießt. Und dann geht das direkt in einen Zweikampf über. Und das Finale einer First-Person-Shooter-Verfilmung ist eine Prügelei. Also die Produzenten wollten die Wrestling-Fans abholen und nicht die Computerspiel-Fans in dieser Szene. Weil soweit ich das weiß, gibt's in den Computerspielen nicht unbedingt ausgeweitete Prügel-Szenen. Theoretisch gibt es ja in Doom auch die Möglichkeit, da so mit seinen Fäusten gegen einen Matsch zu schlagen, wenn du diesen Berserker-Mode aktivierst. Aber die Interpretation in der Hinsicht ist schon richtig, weil was sich da abspielt, ich glaube nicht, dass das darauf abzählt, jetzt den Doom-Fans zu befriedigen. Ja, also es wird ja auch ästhetisch nicht aufgenommen. Also die First-Person-Szene gibt's ja kurz davor für die Doom-Fans. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine Überleitung gibt, so nach dem Motto, jetzt ist Berserker-Modus oder so. Es gibt da nicht so einen Rotstich oder so, der einem kurz zeigt, okay, jetzt gehen wir da hinüber. Aber es ist halt einfach, es ist ja wie so ein Extreme-Match im Wrestling, weil er benutzt ja noch so ein Stahlrohr, dass er sich als quasi Schlagring um die Faust wickelt. Und so, das ist dann wirklich mehr so ein... Mega lächerlich übrigens, das erinnert mich, ich weiß nicht, es gibt diesen Film mit Hulk Hogan, ich weiß gar nicht, was ist das denn, der Name entgeht mir da, wo auch der Undertaker mitspielt als böses Alien oder sowas. Und dann haben sie am Schluss auch so eine Stahlstange und versuchen sich gegenseitig zu übertreffen und ich glaube Hulk Hogan knutet die dann wie so ein Kindergeburtstags-Zauberer, der so Ballonfiguren macht, der biegt diese Eisenstange zu so einem Tierchen oder sowas. Und da musste ich sofort dran denken, als Dwayne Johnson sich diese Eisenstange so gemütlich um die Hand wickelt und man auch irgendwie das Gefühl hat so, ja okay, das sieht aus wie weiches Plastik. Ja, aber nochmal zurück zum Finale, weil ich finde, sie haben da auch wirklich die Chance verpasst, den Bogen zurück zum Spiel zu schlagen. Also man hat ja folgendes, Dwayne Johnson Charakter ist wieder zurück auf dem Mars, Karl Urban steht in Nevada rum, ist jetzt infiziert und quasi ein super Mensch. Und jetzt hätte er die Chance gehabt, auch zum Mars zurückzureisen, zu sagen, fuck it, ich nehme jetzt noch mit, wen ich alles kriegen kann, mal gucken, was passiert. Und dann hätten man quasi mit der letzten Szene aufgehört und das wäre die erste Szene des Computerspiels gewesen. Also einfach so ein super Typ, der relativ gut drauf ist und jetzt anfängt da alles platt zu machen. Und stattdessen nimmt er seine Schwester in den Arm und reitet mit ihr in den Sonnenuntergang, was überhaupt nicht zu diesem Film passt. Das war einfach, ja, genauso enttäuschend wie der ganze Rest davor. Ja, das ist sowieso, wir können ja mal so ein bisschen drüber sprechen, wie der Film jetzt das Spiel aufgreift, ist ja tatsächlich sehr stark eigentlich referenziell. Also du hast Figuren, die dann halt sowas sagen, so, keine Ahnung, wir sind im Spiel, sagen sie im Deutschen, weißt du? Und da ist halt so dieses Aha, Spiel, ja, und das zieht sich ja quer durch. Es gibt am Anfang einen Dr. Carmack und John Carmack ist einer der Entwickler von Doom. Dann finden sie später so einen blutigen Laborkittel von einem Dr. Willits. Auch Tim Willits ist ein Entwickler von Doom. Die Figuren heißen dann immer anders. Das ist dann hier Dr. Stephen Willits und der echte heißt Tim Willits und so. Aber der Eingeweihte sagt dann so, oh, das kenne ich. Genauso wie, was ich vorhin gesagt habe, dieser Türschlossmechanismus und die BFG taucht mal auf. Aber gleichzeitig werfen sie halt sehr, sehr viele Sachen über Bord, die eigentlich viel stärker den Kern dieser Spielereihe ausmachen. Jetzt hast du schon über Sachen gesprochen, was so Inszenierung oder Schwerpunktlegung im Film angeht, aber auch zum Beispiel bei der Erzählung. Denn Doom ist ja eigentlich eine Spieleserie, die halt von der Thematik her okkulten Horror eigentlich mit Science Fiction vermählt. Es ist ja immer eigentlich ein Portal in die Hölle, das sich öffnet. Und hier haben sie sich dann aber auf einmal entschieden, das machen wir nicht. Obwohl wir ja auch noch sozusagen von der Anlage her diesen stark religiösen Charakter drin haben. Sondern wir versuchen das jetzt auf einmal in diesem wissenschaftlichen Mambo-Jumbo zu erden. Was halt völlig fehl geht, das Ganze noch völlig idiotischer macht, als es Doom je gewesen ist. Und stattdessen referenzieren diese Figuren dann aber ständig trotzdem dieses ursprüngliche Szenario. Da wird dann gesprochen von, ja, diese Dämonen und sowas. Und ah, das ist ja, das ist die Hölle hier und so. Also so, dass man das Gefühl hat, der Film möchte implizieren, die Ereignisse in Doom sind so eine mündliche Überlieferung dieser Figuren. Aber eigentlich ist ja was ganz anderes passiert und es ging gar nicht um die Hölle. Und das ist eine total merkwürdige Art und Weise, die eigentliche Handlung der Spielerei aufzugreifen. Völlig unerklärliches, komisches Ding. Es funktioniert nicht, ja. Es macht es nur noch peinlicher. Also wenn man es macht, dann bitte go for it. Aber zum anderen hat man halt auch immer da so ein bisschen das Gefühl, als ob sich die Macher für die Herkunft der Geschichte schämen, ne? Und das macht es dann ein bisschen unangenehm, finde ich. Ja, hast du eine Erklärung dafür? Ist es so dieses in den USA religiöse Themen schwierig? Und meinst du, sie haben deswegen sich gesagt so, ja, das lassen wir mal lieber und versuchen es eher mit so Sci-Fi-Quatsch? Nee, das ist in Amerika auch kein Problem. Also ich meine, du hast in dem Film ja die Szene, wo sich der Gläubige nach jeder versehentlichen Gotteslästerung erstmal ein Kreuz, wie so eine Schnitzer-Teenagerin da so ein Kreuz in den Arm schneidet und so. Das ist, glaube ich, schon weitaus kontroverser, als wenn die da jetzt einfach so einen religiösen Bambo-Jumbo eingebaut hätten. Ich glaube einfach, dass da irgendwelche Produzenten, die zurückgepfiffen haben und gesagt haben, erdet das mal ein bisschen, holt das mal wieder zurück, dass das dann noch bescheuerter wird. Damit haben die wahrscheinlich nicht gerechnet, aber ich glaube, das ist einfach Schiss. Die wussten nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und haben gesagt, wir machen mal so wenig merkwürdigen Krams, wie es geht. Und dann sind sie in so einer merkwürdigen Zwischenwelt geblieben, wo es dann halt einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also wenn du diese ganzen okkulten Sachen da raushältst und versuchst, das wissenschaftlich zu erklären, ist es halt nur noch peinlich. Also ich bin sicher, es gäbe eine Möglichkeit, das auch auf diese Art und Weise zu inszenieren, dass es eben nicht so scheiße ist, aber das ist ihnen zumindest nicht gelungen. Und es geht halt dadurch, finde ich, ein wirklich ganz essentielles Charakteristikum von der Originalvorlage einfach verloren. Weil diese Verschmelzung aus diesem ganzen religiösen Subtext, also der ganzen visuellen Darbietung, ist ja das, was Doom in gewisser Hinsicht zumindest auch einzigartig macht. Diese Verschmelzung von so teilweise auch gigaartigen, sehr organisch anwirkenden mechanischen Science-Fiction-Umgebungen, die dann immer stärker durchsetzt werden, später durch okkulte Symbolik und Totenschädel und Pentagramme und dann natürlich auch ganz typische Horrormerkmale. Irgendwelche halb gehäuteten Leichen, die in den Leveln rumstehen und solche Geschichten. Und es gibt mal, da hängt mal eine Leiche von der Decke, wo man jetzt irgendwo eine Referenz nochmal an das Ursprungsmaterial sehen mag und so. Aber es gibt auch hier hinter und da mal so diese blutbesudelten Wände, das ist auch was, was man in Doom sehr häufig begegnet. Aber es bleibt halt total entfremdet von seiner Werksvorlage, obwohl das eigentlich eine der stärksten Merkmale ist. Also das ist so das, wenn man irgendwann auf was aufgreifen wollte aus Doom, was wirklich irgendwie einzigartig wäre, dann wäre es das gewesen. In der Story auf jeden Fall. Und das ist ja das, was ich beim Setting schon gesagt habe. Also es hätte da noch irgendwas gebraucht, um dem eine Einzigartigkeit zu verleihen. Jetzt ist es einfach ein 0815 Star Trek, die TV-Serie-Setting. Und das ist keine gute Idee, das ist langweilig, da passiert nichts. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, was sie ja ein bisschen versuchen, nicht die Story zu übernehmen, sondern die Ästhetik. Aber das machen sie ja nur in der einen Szene, die dann auch ja ziemlich aus dem Film rausfällt. Nämlich die, ich weiß nicht genau, wie lange sie ist. Die einige Minuten lange First-Person-Szene kurz vor Schluss. Also die dann wirklich versucht, die Ästhetik des Spiels eins zu eins zu übernehmen. Da wurde, heute ist das einfach, da schraubt man einfach eine GoPro irgendwo drauf. Aber damals war das wirklich ein gigantischer Aufwand für diese Szene. 14 Tage lang wurde nur diese Szene gedreht. Das ist also ungefähr ein Drittel der Drehzeit, nur für diese paar Minuten. Und das ist auch das, man muss ihm zugutehalten, das ist das erste Mal in dem Film, wo dann so ein bisschen der Energielevel hochkommt, wo man dann seinen Kaffee zur Seite stellt. Ich habe den Film morgens geguckt und tatsächlich noch mal ein bisschen genauer dahin guckt, was da jetzt passiert. Aber ich muss sagen, er hat es für mich nicht geschafft, die Ästhetik des Spiels einzufangen. Weil für mich ist das, so wie er es tut, eher ein Rail-Shooter. Also für mich ist das eher so House of the Dead als wirklich so ein First-Person-Shooter. Weil die Kamera zwischendurch immer so beschleunigt wird, wie das bei Rail-Shootern ist. Oder sie so um die Ecke guckt, wie das auch so bei House of the Dead passiert, aber nicht bei Doom. Ja, genau. Also tatsächlich, wenn man das sich anschaut, dann wirkt es eher wie ein Rail-Shooter, nicht wie Doom. Man kann aber tatsächlich da am ehesten so das Gefühl entwickeln, so okay, hier wird irgendwo versucht, sich diesem Original anzunähern. Und es ist auch tatsächlich so die wirklich herausstechende Sequenz des Films in mehrererlei Hinsicht. Also erstens ist es mit Abstand die interessanteste und zum Zweiten wirkt sie aber auch wie ein totaler Fremdkörper. Also irgendwie wie eine Sequenz, die komplett auch sich so abseits stellt von allem anderen, was in dem Film sonst so passiert. Ich hatte aber auch, also ich hatte in Erinnerung war das so, dass ich gesagt hätte, und damals haben wir, oder ich habe das damals glaube ich 2005 auch in Texten zu dem Film geschrieben, dass man sich nach dem Film wünscht, irgendwie viel mehr von dem Film wäre so gewesen. Heute muss ich aber sagen, die paar Minuten reichen, da sind ein paar nette Ideen drin und so und es ist mal ganz okay, das zu sehen. Aber es ist doch nicht mehr so geil, wie ich das in Erinnerung hatte. Und nach den fünf Minuten reicht es dann auch. Ist natürlich nett, weil die Motorsäge vorkommt, es wird mal ein bisschen der Gore-Level hochgefahren. Es ist einfach endlich Energie in diesem stinglangweiligen Film. Aber es ist jetzt auch nicht der Heilsbringer. Also nur deswegen muss man sich den Film doch nicht angucken. Nee, also das sind glaube ich fünf, fünfeinhalb Minuten und so. Und da stecken einige echt ganz nette Sachen drin. Also da gibt es eine Szene zum Beispiel, da kommt glaube ich so ein Zombie auf ihn zugestürmt und hat eine Axt in der Hand. Und dann schießt er ihm erst in die Hand und die Axt fällt runter, bleibt im Kopf stecken und dann schießt er den weg. Das ist zum Beispiel ziemlich cool. Da wird auch mal ein bisschen Kreativität mit der Gewalt zum Ausdruck gebracht. Und da hat man so kleine Momente, wo halt so, wenn man so Horrorfilme schaut, dann gluckst man ja bei sowas manchmal. Das war jetzt schön. Aber da ist auch viel Geisterbahn. Also auch Figuren, die den Gang runtergestürmt kommen und weggerotzt werden. Und dann auch noch mit schlecht ausgeleuchteter Maske, wo du so denkst, boah, das war jetzt echt billig. Und dann wieder ab und zu kommt so ein Monster und dann ist es wieder schön so ein bisschen, das Spiel mit dem Schatten, das ist dann schon wieder ganz gut. Die ist halt, glaube ich, damals beeindruckender gewesen als heute, wo wir halt auch schon sehr viel mehr in dieser Hinsicht gesehen haben. Also diese ganze Continuous-Shot-Geschichte, wo dann sehr intelligent irgendwo Schnitte verborgen werden oder sowas. Da gibt es inzwischen einfach sehr viel aufwendigere Sachen, die auch sehr viel beeindruckender sind. Also hier The Revenant und Birdman und Hardcore Henry und so weiter und so fort. Wo man jetzt auch einfach von der technischen Leistung wahrscheinlich nicht mehr so beeindruckt ist. Damals habe ich das, glaube ich, gesehen und fand es eigentlich ganz cool. Ja, du sagst ja das Richtige. Man ist von der technischen Leistung beeindruckt. Also heutzutage hast du es natürlich einfacher. Hardcore Henry ist einfach mit, man steckt eine GoPro vorne drauf. Du kannst heutzutage die Kamera einfach mit einem Computer im Raum bewegen. Du musst die gar nicht mehr in der Hand halten. Aber ich frage mich trotzdem, wenn die damals so unfassbar viel Planarbeit in diese Szene gesteckt haben und sich überlegt haben, wie können wir die Kamera so bewegen und wie kommen wir um die Ecke rum und wir drehen das Zeug 14 Tage, dann hätte man doch in die Szene aber wirklich so eine geile Story Idee alle zwei Sekunden packen können. Weil wenn man sich sowieso so viel Zeit nimmt, um sie zu planen, dann doch auch bitte mehr als zwei kreativen oder drei kreative Ideen in fünfeinhalb Minuten. Seit ich schon die ganze Kohle in das Atrium-Set gesteckt habe. Ich weiß nicht, sie haben unfassbar viel Kohle in diese Szene gesteckt, aber ich glaube, sie haben wirklich, also dann saßen wirklich dann wahrscheinlich zehn Leute um den Tisch und haben sehr, sehr technisch über diese Szene geredet. Und dann am Schluss war noch ein Tag über und da haben sie gesagt, ja, jetzt wissen wir, wie wir die Kamera da um die Ecke kriegen, aber vielleicht sollte auch irgendwas Cooles passieren, was die Kamera einfängt. Und da blieb dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit über. Gar keine Zeit mehr über, um was Cooles zu machen, blieb offenbar im Abspann, weil der Abspann ist ja dann quasi wieder eine First-Person-Szene, aber computeranimiert und die Namen der Beteiligten werden eingeblendet und alle, die im Film gestorben sind, werden dann quasi, da werden die Namen abgeschossen und die, die überlebt haben, werden nicht abgeschossen. Aber nicht einen einzigen interessanten Moment, also die haben wirklich eine, was weiß ich, zehnminütige First-Person-Szene animiert am Computer und es ist einfach kein einziger kreativer oder spannender Moment im gesamten Abspann. Das ist nun das Verzeihlichste. Ich hab diese Credit-Sequence so reingeschaut, aber ja, alles klar. Das war mir dann ehrlich gesagt wurscht. Das war dann der Moment, wo man auch schon so ein bisschen eher froh ist, dass es jetzt rum ist, weil der Film ist halt auch einfach viel zu lang. Ich mein, der hat eine Laufzeit von 1,45 oder 1,48, ich glaub, es gibt zwei Versionen, diese Extended-Version, ist wahrscheinlich die, die man heute am meisten kriegt und dann die Standard-Version und in jedem Falle denkst du dir so, boah, mehr Tempo bitte, mehr Tempo. Aber wir können ja auch mal über die eine gute Sache reden, die nur 2005 möglich war und heute nicht mehr möglich wäre, nämlich die Rolle von Dwayne Johnson, der ja tatsächlich dem die Heldenrolle angeboten wurde und der für sich selbst entschieden hat, er möchte lieber den ambivalenten Bösewicht spielen, was er heutzutage auf gar keinen Fall mehr tun würde, was sein aktuelles Image angeht. Und ich fand das zumindest interessant, ihn nach all den Jahren mal wieder so zu sehen, weil ich mein, du guckst auch Wrestling, oder? Ja, nicht mehr aktuell. Ich hab das als Kind gesehen, aber Dwayne Johnson ist nicht mehr in meiner aktiven Wrestling-Zeit. Ja gut, aber er ist ja nun mal quasi einer der wenigen Wrestler, der wirklich als Face und Heal, also als Held und als Bösewicht gleichermaßen begeistert hat. Und damals war ja noch nicht so, Scorpion King spielt ja auch den Bösen, da war einfach noch nicht so sicher, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Also ist er einfach so der Wrestling-Bösewicht oder ist er quasi der große Blockbuster-Star? Und das war damals noch nicht klar, deswegen hat er sich in seiner Karriere viel mehr getraut. Und was der in diesem Film abzieht, jetzt mit dem, wie man Dwayne Johnson heute kennt, das fand ich schon sehr überraschend, weil das hab ich mich gar nicht mehr so dran erinnert. Also dass der wirklich da einfach Unschuldige per Kopfschuss hinrichtet, dass er den Auftrag gibt, ganze Familien auszulöschen und so, das hat mich total umgehauen in dem Moment. Also gerade mit dem, wie man Dwayne Johnson heute kennt. Ja, also ich versteh schon, was du sagst, aber das ist halt so ein Ding so, ja okay, so in dieser Art von Rolle sieht man den nicht mehr. Aber so richtig geil war's auch nicht, ihn in der Rolle zu sehen. Der funktioniert ja vor allem als dieses mega charismatische Muskel-Teddy-Konstrukt. Und in Doom ist er mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass er in allen unmöglichen Situationen auf einmal das Schreien anfängt. Wo ich mir denke so, chill man, es muss nicht alles irgendwo als Befehl durch die Gegend brüllen. Ja, ich fand ihn auch, also ich finde ihn in dem Film null charmant, also es ist echt kein Vergleich mit heutzutage. Aber ich hab ihm diese Autorität durchaus abgekauft und das Spiel mit seinen Augenbrauen hat er damals schon perfekt drauf gehabt. Und diese Mischung aus, dass er sozusagen Charme kann und er kann aber auch so diese absolute einnehmende Ausstrahlung. Ich hab das auch persönlich erlebt, ich hab ihn schon oft interviewt, aber einmal in Köln hab ich ihn interviewt. Und dann kam er zwischen den Interviews immer auf den Hotelflur raus und hat immer so ein Indianer-Kampfschrei ausgestoßen. Dann ist er wieder reingegangen, um sich immer wieder Energie zu tanken und da sind alle zusammengezuckt. Und dann später, eine Stunde später, stand ich auf der Toilette am Pessoir und er kam rein und hat sich genau neben mich gestellt. Man kennt das ja vielleicht sowieso schon, dass man dann eher so, dass einen das ein bisschen stört. Aber wenn dann so ein Typ neben einem steht, also so starr geradeaus hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht geguckt, wie in dem Moment. Hat er ab und zu immer mal so einen wertenden Seitenblick? Ja, er hat auf seine typische Art halt mal so das Kinn so angezuckt, weißt du, so hey. Ja, aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir nicht vergessen haben. Ich war mit Dwayne Johnson, Tinkin ist eine gute Anekdote. Die würden wir uns alle in unserem Leben wünschen. Und deswegen, glaube ich, nehme ich ihm die Rolle in diesem Film sofort ab. Also wenn der sagt, mach das und das, dann macht man das und das. Selbst findet er super, also wenn du mit ihm redest und so, das ist super nett, super charmant. Wollen wir dann jetzt übergehen zu dem, hast du noch was oder wollen wir jetzt übergehen, was denn der Film über Computerspiele aussah? Ich glaube, wir können dazu übergehen. Also ich könnte, glaube ich, noch lange darüber referieren, was an dem Film alles schlecht ist. Vielleicht noch so einen zum Abschluss und so. Ich finde, man merkt, und das leitet so auch wahrscheinlich zu dem Thema ein bisschen über, man merkt halt auch hier wieder so ein bisschen, das sind nicht unbedingt Leute, das ist zumindest der Eindruck, der entsteht, die eine echte Verbindung haben, zum erstens zum Medium Computerspiel allgemein oder auch nur zu dem Werk, auf dem das Ganze basieren soll. Also es gibt ja zum Beispiel auch so reingeworfene Szenen wie ganz am Anfang. Da liegt der Duke, also eine der Charaktere in dem Film liegt auf dem Bett und spielt mit so einem vorsinnflutlichen Handheld-Spiel. Das ist eine ganz alte Version von dem Computerspiel Galaxian. Das ist ein Handheld, das kannte ich selber nicht. Das ist irgendwo, glaube ich, noch aus dem Anfang der 80er Jahre. Das ist auch noch ein rein mechanisches Spiel. Also das ist noch kein Computerchip oder ein richtiges Digitaldisplay, sondern das ist eine bunte Plastikfolie, in der Lichter aufleuchten. Und selbst das wird völlig falsch eingesetzt, weil das ist ein Ding, das spielst du eigentlich hochkant. Und der hält das halt, wie man so ein Game Gear, ein Game Boy heutzutage hält, nämlich seitwärts. Also das ist ein Stück Technologie, wo dann der Eingeweihte, der genauer hinschaut, sofort merkt so, nein, so spielt man das nicht. Auch die Bewegungen sind alle völlig falsch und so weiter und so fort. Aber es ist halt drinnen, um halt zu sagen so, hey, guck mal, ein Computerspiel. Ja, ich habe auch eher mich an die Switch erinnert gefühlt. Also jetzt, wo du mir sagst, dass man das Ding eigentlich hochkant hält, ist das natürlich eine amüsante Szene. Das sieht man sogar, wenn man genau hinschaut, weil nämlich die Punktzahl, die in dem Spiel nachverfolgt wird, ist halt von oben nach unten geschrieben auf einmal. Also man sieht, dass die falsch rum ist sozusagen in der Darstellung. Die Szene, die Einstellung ist so kurz, dass einem das auffällt, wenn man jetzt nicht sozusagen wie wir davor sitzt und auch quasi mutwillig sich solche Szenen dann natürlich ein bisschen genauer anschaut. Aber das ist halt alles so Zeug, wo man das Gefühl hat so, da werden halt diese Computerspielreferenzen untergebracht, aber nicht mit Liebe zum Detail, sondern damit sie da sind. Ja, aber das muss man sowieso mal allgemein sagen. Also die Idee von Computerspielen, die in Filmen gespielt werden, das ist noch viel schrecklicher als Computerspielverfilmung. Also das geht eigentlich fast immer in die Hose. Ja, es gibt so ein, zwei Sachen. Ich erinnere mich immer an die purpurnden Flüsse, wo sie, ich glaube, was war das, Tekken oder so spielen, während da quasi parallel diese Kampfszene abläuft mit dem Vincent Cassel. Das war schon ganz nett. In meiner Erinnerung auch lange nicht mehr gesehen. Aber grundsätzlich, ja, ja, wenn in Filmen irgendwas gespielt wird und so, dann denkt man häufig so, oh mein Gott, was tun sie da? Ja, wieso rasten sie auf diesem Controller so aus? So spielt man doch nicht. Ja, klar, also wenn es in die Ästhetik übergeht, wie bei purpurnden Flüsse, dann machen sie sich ja Gedanken. Aber wenn du dir einfach mal so ein Drehbuch vorstellst, dann steht einfach in irgendeiner Zeile, XY spielt ein Computerspiel. So, und dann rennt der Ausstatter los und muss jetzt irgendwie gucken, ob er sich die Rechte organisiert bekommt oder ob sie einfach so eine Fake-Sequenz einfach am Rechner machen oder so. Und ich glaube, das nervt die Leute einfach nur. Die haben da keinen Bock drauf. Und dann geht's meistens richtig in die Hose, wenn man dann länger als eine Sekunde drüber nachdenkt, was die da eigentlich gerade machen. Ja. Nun denn, ja, dann, äh, was, äh, zu welchem Schluss kommen wir denn? Was glaubst du denn, was sagt das denn über die Menschen, die diesen Film gemacht haben? Und was für einen Blick haben die denn auf die Gamer, für die sie nominell zumindest teilweise diesen Film gemacht haben? Naja, der Gamer ist ja quasi in der Metaphorik des Spiels derjenige, der schießt. Also die fünf, sechs Leute von dieser Spezialeinheit. Aber wenn man sich dann mal so vorstellt, was die da so abziehen, also du hattest ja schon gesagt, die sind alle Damaged Goods, aber das, äh, hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, das ist ja schon verdammt extrem, ne? Also gerade dieser, 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 äh, durchgeknallte Sex-Heini, der dann am Anfang von seinen drei Transvestiten in irgendeinem Hotelraum träumt. Dann ein paar Szenen später will er irgendwie dann da, weil Quarantäne ausgerufen ist, er lässt seinen, seinen Auftrag links lieben und will erst mal alle Frauen in diesem Raum da irgendwie nackt durchsuchen oder so. Und auch wie die, äh, Kostümdesigner sich eine Szene später sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, dass man bei Rosamund Pike bei ihrem ersten Auftritt die Nippel durchgucken sieht, ähm, ja, ich glaube, das Bild, das die Macher von Computerspielern haben, ist, äh, sehr, sehr negativ. Die mögen die nicht. Also der Film, für den sie den Film gemacht, äh, die Leute, für den sie den Film eigentlich gemacht haben, äh, die wollen sie, glaube ich, nicht persönlich treffen. Das ist mein Eindruck. Die sollen schön, die können im Kino sitzen da und da und sich den Film angucken, aber bitte nicht hinterher mit uns drüber reden. Und, äh, das ist so ein bisschen, äh, die haben dann, also, ganz unangenehm, finde ich, das, wie die, äh, über Computerspieler denken. Ja, das kann man, das, das Ding ist, diese Interpretation setzt schon wieder einen Grad von Überlegung, ja, und, äh, auch Planhaftigkeit voraus, die, wo ich Zweifel habe, ob das tatsächlich so abgelaufen ist. Also vieles von dem, was du beschreibst, kann man auch sehen als nur Umsetzung von Horrorfilm-Klischees. Es gibt zum Beispiel ja auch die eine Szene, da treffen der sexuelle Perverse, also Portman und der Ersteinsatzjunge, der The Kid, treffen auf eine, einen ersten Zombie, aber das ist eine völlig nackte Frau. Und sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil das entsprechend gefilmt ist, das ist die Besitzerin einer abgetrennten Hand, die vorher gefunden wurde. Und dann stehen sie da und sabbern erst mal diese nackte Frau, die ihr da mit Rücken zugewandt steht. Und auch die Kamera, ne, weidet sich ein bisschen an diesem Anblick und sie tauschen da irgendwelche lüsternen Blicke aus und bla bla bla. Und das kann man jetzt natürlich auch wieder subsumieren und sagen, da denken Produzenten, ah, diese Gamer, diese Notgeilen, da geben wir ihnen mal was zum Gucken. Das könntest du aber wahrscheinlich aufs Horrorfilm-Genre insgesamt auch anwenden. Kann man, aber es ist in diesem Fall, also selbst wenn ich den als rein Horrorfilm gucken würde, wäre mir das schon negativ aufgefallen. Also das ist wirklich, es ist schon, es ist schon extrem. Also ich meine, es endet ja dann auch nicht damit, sondern sobald es die Frau umdreht, wird die ja auch noch, also wirklich, es ist eine der brutaleren Todesszenen in dem Film, wie sie dann da niedergemäht wird. Also, ja, also sie werden ja vielleicht nicht immer den Gamer an sich, aber sie werden ja zumindest ihr Zielpublikum in dem Hinterkopf gehabt haben. Und natürlich macht man sich Gedanken beim Marketing darum, was man da so reinbringen muss, damit Leute Spaß haben. Und es wird auf jeden Fall mitgeschwungen haben, da bin ich mir relativ sicher. Selbst wenn deine Auslegung das Ganze so ein bisschen entschuldigt. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob das entschuldigt. Ich ziele da halt eher, glaube ich. Der ganze Film sind ja Versatzstücke, ne? Also wir haben ja schon drüber gesprochen. Da wird ein Alien reingeschmissen, da wird ein Predator reingeschmissen und sonst irgendwas. Und auch diese Szene ist ja schon fast ein Klischee. Also, dass Figuren begegnen irgendetwas, das ihnen den Rücken zugewandt hat und es stellt sich raus, oh, es ist eine Monstrosität. Also, das siehst du in, keine Ahnung, in Fright Night zum Beispiel hast du das ja auch am Schluss. Wenn er glaubt, seine Freundin wiederzutreffen, die sich schon in einen Vampir verwandelt hat und so weiter. Also, da gibt es halt zig Szenen. Und für mich ist das halt alles nur so eine zusammengewürfelte Klischee-Mixtur, weil ich halt das Gefühl hatte, es hatte niemand eine wirklich klare, coole Vision für das, was da entstehen soll. Sondern, ja, wir machen sowas wie Aliens-Zeug und dann Zombies gibt es aber auch. Ist ja auch am Schluss, wenn das dann, dann kommen auf einmal diese Zombie-Horden, die niedergemäht werden. Es gibt dann auf einmal so eine Szene wie aus einem George Romero-Film mit den Zombies, die sich um so eine Leiche versammeln und offensichtlich dabei sind, die zu fressen, sich auf einmal umdrehen und auf die Leute losstürzen, die dann über den Haufen geschossen werden. Das hat aber mit dem, was vorher im Film passiert ist, auch überhaupt nichts zu tun. Und es hat einfach alles so ein zusammengeschissenes Zeug ohne einen roten Faden. Und deswegen fällt es mir halt immer schwer zu glauben, dass es da tatsächlich irgendjemanden gab, der gesagt hat, ich habe so eine klare Vorstellung davon, was diese Gamer wollen oder sowas. Sondern es wird halt einfach nur irgendwo Zeug zusammengestöpselt. Und das macht es aber auch nicht besser, weil natürlich dann auch keiner im Blick hat, was dieses Gesamtergebnis aussagt. Also der Film würde ja heutzutage auch schon alleine deswegen nicht mehr so gedreht werden, weil du diesen völlig, also völlig unmotiviert diesen Charakter hast, der irgendwelche Frauen auf Sicht beleidigt oder sonst belästigt oder sonst irgendwas. Ja, Portman, dass der so ein notgeiler Perversling ist, das erfüllt für die Handlung eigentlich keine Rolle, außer dass der widerlich ist, wo man in einem Horrorfilm wenigstens erwarten würde, okay, sie machen das, damit der hinterher einen besonders grausamen Tod sterben kann und ich kann ihn als Horror-Gorehound genießen. Aber selbst das passiert nicht. Der wird zur Tode geschüttelt. Das ist einer der langweiligsten Tode im ganzen Film. Ja, total verschenkt. Wobei das nicht auf seine Rolle beschränkt bleibt. Es gibt ja auch diese Szene, wo der Wissenschaftlerin die Taschenlampe irgendwie in das geöffnete Maul von so einem Monster fällt. und dann muss sie das da irgendwie wieder rausholen und der Typ, der ihr helfen soll, das ist nicht Portman, sondern einer der anderen Soldaten, hilft ihr nicht wirklich, sondern man versucht die ganze Zeit bloß, ihr in den Ausschnitt zu gucken. Also ist schon ein bisschen da. Und das andere, was du mal sagst mit dem, es gab keinen, der sich da hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt machen, weil Gamer das wollen. Das passiert, glaube ich, bei Filmen sowieso nicht so oft. Sondern das sind einfach so Sachen, die einfach Leute im Hinterkopf haben. Also es ist ja mehr so unterbewusst, was am Schluss rauskommt. Filme sind ja nicht so komplett so ausgesprochen in Meetings, sondern einfach so, alle Leute haben eine gewisse Vorstellung davon, was sie machen sollten und warum. Und vieles davon wird gar nicht ausgesprochen, aber am Schluss kommt halt ein Film dabei raus. Und ein bisschen was davon kann man schon sehen. Und das, worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, ob sie jetzt sozusagen eine eigene Vision hatten, was Gamer wollen, sei dahingestellt. Aber sie haben auf jeden Fall nicht die Vision des Spiels geglaubt und nicht gesagt, wir wollen diese Vision in einem anderen Medium wiederholen. Und ich glaube, das haben sie auch nicht mal versucht. Ja, also vielleicht mit Ausnahme dieser First-Person-Sequenz auch da, aber ist halt die Frage, selbst da genau würde ich das aus den Gründen auch ein bisschen in Zweifel ziehen. Ich glaube, sie emulieren halt viel. Und was natürlich dann halt auf jeden Fall auch nicht stattgefunden hat, ist irgendeine Form von Selbstreflexion. Also sie haben sich natürlich nicht hingestellt und haben gesagt, was ist eigentlich gerade unsere Aussage? Und wenn wir das so machen, was sagt das dann auch über unser Bild dieser Zuschauer aus, die sich das hinterher anschauen sollen? Oder warum machen wir das überhaupt mit diesem Charakter? Welchen Zweck verfolgen wir denn damit überhaupt? Und all diese Dinge, also all solche Überlegungen, irgendeine Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Werk, was da gerade geschaffen wird, das ist so, das ist ja fast schon der Best Case, hat entweder offensichtlich nicht stattgefunden oder man ist zu Ergebnissen gekommen, die hartsträubend sind. Ja, und das ist halt, was ich jetzt sozusagen aus einer reinen Spaß- und Energiesichtschade finde, ist halt, dass sie bei diesen ganzen Sexsachen in wirklich unangenehme Gefilde vorstoßen, aber bei der Gewalt und den Waffen nicht. Und das verstehe ich bei einem First-Person-Shooter nicht. Vor allem, weil im Doom-Spiel, das Doom-Spiel ist ja nicht so wahnsinnig sexualisiert. Also das ist doch die Idee, weil es ist viel naheliegender, wir geben mal richtig Gas hier. Dann ist es noch ein amerikanischer Film, wo man sich sowieso denkt, okay, bei Gewalt haben die kein Problem, bei Sex passen sie auf. Und es ist hier genau andersrum. Also wirklich, die unangenehmen Szenen sind nicht, wenn die Köpfe zerplatzen, sondern wenn irgendjemand auf die Brüste starrt. Und ich hätte das ja viel interessanter gefunden, wenn die Gewalt wirklich so in so einem First-Person-Niveau einfach mal sozusagen real visualisiert wird und wie das so sozusagen auf den Zuschauer wirkt, wenn das nicht länger nur Pixel sind, sondern wirklich da auf einer als real empfundenen Einstellung dann diese Monster da so mega zerplatzen und so. Und wie das einfach wirkt, wenn man die Ästhetik des Computerspiels eins zu eins auf die Leinwand übernimmt. Einfach mal versucht, das mit gutem CGI so gut wie es geht irgendwie hinzukriegen, dass das genauso aussieht und dann einfach mal gucken, welche Wirkung das hat. Aber es wird einfach überhaupt nicht gemacht. Was sie tatsächlich machen, was man auch mal durchaus positiv erwähnen kann, ist, dass sie einige sehr nette praktische Effekte da drin haben. Also einige von den Monstern, je nachdem auch in welcher Szene sie gerade auftreten und so, das sind schon ordentliche Kostüme, teilweise auch ordentliche Prothesen und so weiter und so fort. Ich glaube, da war auch Stan Vincent's Firma irgendwie wieder mitbeteiligt. Weiß ich nicht genau, aber ich habe es mir auch aufgeschrieben. Also der, der die Monster-Modelle da gebaut hat, gerade wenn die da als Leichen halb aufgeschnitten auf dem Tisch liegen, das ist derjenige an dem gesamten Film, der die beste Arbeit geleistet hat. Also eindeutig. Ja, genau. Es gibt dann auch eben hinterher, auch wenn in dieser First-Person-Shooter-Sequenz, auch da wieder gesagt, wie gesagt, wechselhaft, aber da ist etwas, das sieht ein bisschen aus wie die Darstellung vom Hell Knight in Doom 3. Also der Hell Knight ist halt eine Figur aus dem Spiel. Im Film bezeichnet sie das Monster seltsamerweise als Baron. Und es gibt in Doom auch die Barons of Hell, die sehen aber ganz anders aus. Aber auch das ist vielleicht auch einfach wieder mal der Genauigkeit geschuldet, mit der sich da auseinandergesetzt wurde. Aber das fängt zum Beispiel dieses Monster aus dem Spiel ganz gut ein, hat aber trotzdem seinen eigenen Spin. Und auch die Imps, die übrigens witzigerweise alle von dem Doug Jones dargestellt werden, also der Ape Sapien aus Hellboy zum Beispiel, und ich glaube, der hat auch diesen Fischmann in The Shape of Water gespielt. Ja. Die sind halt auch, die sind gut gemacht, das sind halt schöne praktische Effekte, mit denen, die da zum Leben erweckt werden und so. Das ist halt alles sowas, wo du so denkst, wenn man da diese eher rücksichtslose Monster-Action draus gemacht hätte, die du eben beschrieben hast, dafür waren durchaus auch einige vielversprechende Grundlagen vorhanden. Und es wäre dem Spiel näher gekommen, und es hätte sehr wahrscheinlich auch den unterhaltsameren Film abgegeben. Denn in den Momenten, gerade so gegen Ende hin, wenn er dann endlich mal anfängt, so ein bisschen in den zweiten und dritten Gang zu schalten, dann wird er vielleicht nicht gut, aber dann hat man zumindest so das Gefühl, ja, das kann ich mir anschauen. Und dann hat er, selbst da, wo er nicht so gut ist, hat er diesen trashigen Charme, wo man hinterher so ein bisschen trotzdem so drüber schmunzelt und wenigstens halt nicht rausgeht und sich denkt so, boah, wie unpassend und langweilig. Weil das, was du gesagt hast, zum Beispiel auch diese Anmache, die der Duke während dieser Obduktion da auf einmal auspackt, völlig unpassend auch zu dem Charakter, der bisher irgendwie so happy-go-lucky ist und sehr unangenehm zu sehen. Ja, also ich hätte mir sozusagen unangenehme Gewalt gewünscht und hätte gerne auf die unangenehme Sexualität verzichtet. Das wäre dem Film sehr zugute gekommen. Und vor allen Dingen, also ich meine, im Spiel, ich hab das nie durchgespielt, aber es gibt ja relativ früh schon dann so richtige Wusel-Szenen, wo du da quasi in, von überall kommen Feuerbälle und du stehst da inmitten von, was weiß ich, zehn Gegnern oder so. Und der Spiel, der Film macht daraus ja eher so eine Alien-Geschichte, wo dann sozusagen du nur ein oder zwei Gegner hast, die dann hier und da mal auftauchen. Und das ist einfach nicht First Person. Also das ist halt mehr so ein Schleichspiel und nicht so ein, ich baller mich da jetzt durch irgendwelche Horden. Also bis auf die eine Szene. Das liegt aber auch daran, dass er sich immer an Doom 3 orientiert. Das, was du beschreibst, das ist eher Doom 1 und 2 und so. Und Doom 3 hatte dann auch den Ansatz, ein bisschen mehr in diese Survival-Horror-Richtung abzubiegen. Und das ist auch tatsächlich sehr viel Dunkelheit. Das war eine der hervorstechenden technischen Merkmale dieser neuen IT-Tech-Engine damals, dass sie sehr, sehr schöne, sehr tiefe Schatten darstellen konnte, tolle Lichteffekte hatte. Und dass dann auf einmal irgendwo Augen von Monstern aus dem Dunkeln leuchteten und solche Geschichten. Und dann eher anfangs insbesondere halt auch weniger Gegner und dafür aber dieses Horror-Feeling intensiviert hat. Auch eine für Doom überraschend lange Einführungssequenz, wo man so ein bisschen auch dieses Öffnen dieses Höllenportals noch quasi miterlebt. Wo dann auf einmal, du bist in so einem dunklen Gang und da laufen auf einmal diese seltsamen, okkulten Hieroglyphen über die Wände, wenn ich mich da recht entsinne. Ist auch Story-lastiger als frühere Dooms, die eigentlich so einen Beipackzettel an Story mitgebracht haben. Und das ist ja offensichtlich die Blaupause für den Film eher als die anderen Spiele. Insofern, das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber natürlich ist auch Doom 3 dann im weiteren Verlauf insgesamt actionorientierter. Und auch da wieder. Also man hätte da so viel machen können, wenn man sich getraut hätte, in diese Richtung zu gehen. Also da ist in der Hinsicht so atmosphärisch Event Horizon am Ende der bessere Doom-Film als das. Ja. Naja, ich guck ja immer aus der Sicht des ... Also eben mein Hauptinteresse ist Kino. Und ich guck dann eher so ganz egoistisch, was könnte denn von Computer ... Mir ist egal, ob irgendwelche Computerspiele verfilmt werden oder nicht. Also ich geh nicht ins Kino, weil ich sage, ich mochte das Spiel und will jetzt den Film dazu sehen. Das könnte mich nicht weniger interessieren. Was mich interessiert ist, was kann sich denn das Kino aus den Spielen holen, das das Kino vorwärts bringt? Oder das für das Kino neue Ideen oder Argumente bringt? Und das ist halt nicht, wir machen jetzt einen Alien-Klon in Billig. Sondern das wäre halt gewesen, wir nehmen die Szenen, die man noch nie im Kino gesehen hat, die aber in solchen Spielen sich halt aus dem Gameplay ergeben und versuchen jetzt diese Ästhetik ins Kino zu holen. Also das ist für mich das Wertvolle. Und dann einfach mal zu gucken, wie wirkt das, was passiert. Vielleicht ist das mega affig. Vielleicht ist das mega cool. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall mal was Neues. Es ist irgendwas, was das Computerspiel tatsächlich für das Kino machen kann. Und nicht nur das Kino als weitere Verwertungskette von irgendeiner Marke. Und das passiert in diesem Film außerhalb der Third-Person-Szene, die First-Person-Szene, halt überhaupt nicht. Also Doom bringt dem Kino nichts. Und es hätte dem Kino aber sehr wohl viel bringen können, wenn man sich getraut hätte. Weil es stecken eine Menge Ästhetiken in dem Computerspiel, die man im Kino durchaus hätte ausprobieren können. Da kann ich mich nur anschließen, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich ist das dann auch so ein bisschen der Urgrund, oder? Also wahrscheinlich ist der Impetus, warum man sich sagt, oh, wir möchten eine Doom-Verfilmung machen, auch gar nicht. Oh, das ist eine hochinteressante Ästhetik. Lass uns die aufgreifen. Und durch die Möglichkeiten, die das Medium Film bietet, quasi verstärken, um daraus ein neues, auf seine Art ebenfalls wirkungsvolles Produkt zu machen. Sondern das ist eine echt bekannte Marke. Damit haben wir schon mal die ersten x-tausend Zuschauer im Sack. Ja, genau. Also wir haben die Hälfte im Sack, die zweite Hälfte mit Dwayne Johnson und Westling. Und dann wird das schon. Spoiler-Alert, es hat nicht funktioniert. Der Film ist an den Kinokassen weltweit gefloppt. 60 Millionen Budget, 55 Millionen eingespielt. Und wenn man weiß, wie man so was rechnen muss, dann heißt das, die 55 Millionen sind gerade mal das Marketing-Budget wieder drin. Also da ist vom Budget noch gar nichts zurückbezahlt. Also Megaflop. Und deswegen auch kein Wunder, dass es bei dem einen Film bisher geblieben ist. Auch wenn es jetzt ja vor einem Monat oder so, ist der Trailer zur Fortsetzung rausgekommen, der einen solchen Fan-Aufstand provoziert hat, dass die den Trailer nach einem Tag gleich wieder zurückgepfiffen haben und versuchen, den jetzt überall zu löschen. Und auch die ganzen Leute von id Software twittern alle wie verrückt. Ja, nee, mit dem Film haben wir nichts zu tun. Lasst uns bloß in Ruhe. Wir haben die Rechte nicht. Schimpft auf andere Leute. Wieso habt ihr die Rechte nicht? Das ist die Frage. Ja, es ist schon dieselbe Produktionsführung. Also die werden damals die Filmrechte einfach komplett verkauft haben. Das ist ja auch ein ziemlich absurder Lizenzstil eigentlich, weil normalerweise sagt man ja über diesen Zeitraum und in der Zeit müssen bitteschön auch so und so viele Filme passieren. Deswegen wurden wir mit so vielen Spider-Man-Reboots bedacht, weil da jemand in seinen Verträgen drinstehen hatte, wenn sie diese Marke nicht in diesem Zeitraum so und so oft auswerten, dann gehen die Rechte eben wieder zurück. Was ja auch Sinn macht, weil du willst deine Rechte eben nicht in so ein schwarzes Loch verkaufen und dann macht keiner was damit, sondern du versprichst dir ja davon unter anderem auch, dass da Kinofilme oder so produziert werden, die deine Marke dann wertvoller machen für deine Auswertung auf der Spieleseite. Also es wäre ein komischer, schlechter Lizenzstil. Ja, aber das ist halt der Zeitpunkt. Also wenn du dir in den 40er Jahren irgendwelche Comic-Lizenzen gekauft hättest und sagst, ich mach da jetzt einen großen Kinofilm draus, dann hättest du die auch nachgeschmissen bekommen. Das ist ja natürlich eine Frage der Verhandlungsposition. Und damals war ein Computerspiel für Filme noch nicht so groß, die Marken noch nicht so groß. Und wenn dann Hollywood mit ein paar Millionen gewunken hat, dann hat so eine Spielefirma, die damals ja auch weniger Leute hatte als heute, das war für die ein großes Ding. Dann sagen die ja danke. Also das war einfach damals noch eine ganz andere Situation. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das damals ging. Offensichtlich ging es. Aber da hätte man sich vielleicht einen besseren Agenten oder sowas suchen sollen. Ja, klar, man kann das immer nicht sehen. Das ist ja bei Büchern nicht anders. Also bei allem Content. Man weiß es vorher teilweise nicht. Und über den Tisch gezogen wurden in der Geschichte von Hollywood schon eine Menge Menschen. Beziehungsweise, man muss ja zurück sagen, das Studio hat mit dem Film Geld verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass das Studio It-Software über den Tisch gezogen hat, sondern die haben ja ihr Geld einfach bekommen. Das heißt, für die war das Plus. Und am Schluss hat das Studio sogar noch drauf bezahlt. Also alle gearscht. Ja, wobei natürlich jetzt so wahrscheinlich so über die Zeit mit hier DVD und Streaming und sonst was Auswertung werden sie wahrscheinlich schon eine schwarze Null haben. Ja, aber so kannst du ja nicht rechnen. Also du rechnest ja, du weißt das ja auch, du hast ja auch mal bei uns in der Firma. Also man rechnet ja schon mit einer, was weiß ich, wenn du irgendwo Geld investierst, dann willst du 20 Prozent im Jahr haben und so. Und dich nach zehn Jahren irgendwie wieder bei der Null angekommen sein. Also es ist schon, investitionstechnisch ist das halt schon wirklich ein Fehlschlag. Ja, dass die da nicht da sitzen und sagen so, wir können es gar nicht erwarten, den nächsten Doom-Film zu machen. Das haben wir gesehen. Also der liegt jetzt 14 Jahre zurück und wir sprechen jetzt mal wieder über einen weiteren Doom, der dann wahrscheinlich ja auch von der Produktionsfirma kommt, die dann halt erst mal auch wieder schauen muss. Weiß gar nicht, haben die schon einen Vertrieb? Nee, das ist Universal. Also das ist dasselbe Studio wie damals, aber halt so deren Direct-to-DVD-Arm. Also das Ding hat irgendwie 250 gekostet. Und das sieht man auch. Also das ist halt wirklich der billigste Ramschkram und irgendwie hoffen, dass ein paar Leute draufklicken oder das bestellen, weil halt Doom draufsteht. Also das ist wirklich nur Cash-Crab, das kannst du vergessen. Deswegen auch so ein bisschen Selbstschutz, dass wir mit Doom jetzt angefangen haben. Weil hätten wir diese Folge ein paar Monaten aufgenommen, hätten wir ja wegen journalistischer Integrität und so uns die Fortsetzung auch angucken müssen. Das haben wir uns jetzt gespart. Na gut, das können wir ja auch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich habe erst tatsächlich auch hier beim Rumrecherchieren festgestellt, ach guck mal, es ist anscheinend doch ein weiterer Doom-Film im Anrollen angedroht worden. Ich hatte aber noch gar nicht mitgekriegt, dass sie jetzt da sogar angefangen haben, den Trailer wieder zu löschen. Das finde ich ja charmant. Ja, würde den Film aber auch nicht besser machen. Sollten vielleicht den Film löschen und nicht den Trailer. Gucken wir mal, was passiert. Soll im Herbst kommen. Okay, naja, wenn wir gute Filme hätten sehen wollen, hätten wir nicht ein Format angefangen über Spiele für Filmungen. Ja, vielleicht finden wir sie ja. Es kann von diesem Punkt aus, das ist ja das Erschreckende, durchaus bergauf, aber leider auch noch weiter bergab gehen. Ja, genau. Ich bin gespannt. Ich erhoffe mir, also ich bin da ja auch in der Hinsicht egoistisch, also ich erhoffe mir von dem Format nicht unbedingt viele gute Filme zu sehen, sondern viele gute Diskussionen zu führen. Und da bieten sich doch erstaunlich viele dieser Filme an. Natürlich einige sind stinglangweilig, aber wir haben ja heute auch eine recht ausführliche und vielseitige Diskussion hinbekommen. Und ich denke, da bieten sich auch noch eine ganze Reihe von weiteren Verfilmungen an. Ja. Es gibt Sachen, hat der Film jetzt im Kontext, im weiteren Kontext von Spieleverfilmungen jetzt tatsächlich vielleicht irgendeinen Wert? Und da habe ich jetzt natürlich häufig auch gesehen, dass so ein bisschen wieder diese Ego-Perspektiven-Sequenz referenziert wurde. Da kannst du ja vielleicht aber auch noch mal so ein bisschen filmhistorisch oder so noch mal einordnen. Also es ist nicht so, dass die Idee, aus einer Betrachterperspektive zu filmen, eine Innovation gewesen wäre. Da gab es ja auch schon vorher andere Werke, schon deutlich früher. Also ich glaube, Maniac zum Beispiel. Und dann auch zum Beispiel so mit Inspiration für das, was so nachgefolgt ist. Also Hardcore Henry und so haben wir schon genannt und so. Auch da ist eher zweifelhaft, ob sowas auf Doom zurückzuführen wäre. Ist das korrekt? Es ist sehr korrekt. Das ist absolut auf gar keinen Fall, auf Doom zurückzuführen. Die einzige Auswirkung von Doom war, dass wie nach jeder dieser Verfilmungen, wie zuletzt, wie hieß das Ding, dieses mit dem Sprung vom Haus ... Assassin's Creed. Assassin's Creed. Immer wenn eine große Computerspiel-Verfilmung gewagt wird und die dann baden geht, dann gibt es zwei Jahre Pause, bis der Nächste es versucht. Das ist die einzige Auswirkung von Doom auf die Filmgeschichte. Okay. Wir hatten zwei Jahre Ruhe. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, so viel zu Doom aus dem Jahre 2005. Wenn du nicht noch sagst, ich habe da noch was, was ich unbedingt den Menschen darüber sagen möchte. Nee, alles gut. Wunderbar. Dann, meine Damen und Herren, das war es mit unserer Besprechung zu Doom. Wir überlegen uns auch noch, wie wir dieses Format hinterher nennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer seid aufgerufen, uns Feedback zu geben. Aber diesmal natürlich dann auch an zwei Stellen. Bei uns unter forum.gamespodcast.de. Und Christoph, wie sieht es bei dir aus? Wo gehen die Leute hin? Ja, die werden das ja dann bei uns hören und dann einfach unter den Artikel posten. Ich bin sehr gespannt und lese mir alles durch. Genau, alles, was ihr so an Feedback habt. Was hat euch vielleicht gefehlt? Welche Aspekte sollten weiter beleuchtet werden, ausgebaut werden? Was gibt es sonst noch? Und so. Ihr könnt gerne Wünsche äußern, was wir in Zukunft vielleicht so als nächstes besprechen. Aber die endgültige Auswahlhoheit behalten wir uns vor. Und damit sage ich jetzt erstmal für dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.